Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Let's Play 2 mit dem dicken Schokoladen-Kumpel hier, CrazyGermade. Yo, Yo! Ich bin kein Crusher. Servus. So, wir zocken Left vor Left in Zweierfleisch und den Netz hier und jetzt nehmen wir mal gleich sofort raus, ohne hier umzulabern. So, warte mal, nicht aufschlagen, mal nicht auf, warte. Ich spreche übel lauter da. Jetzt könnt ihr da durchschießen, ihr Naps. Genau, schieß mal durch. Ich hab meine Dicke Axt hier, guck jetzt einmal. So, jetzt könnt ihr mal hier sehen, wie leiser es schon ist, aber du willst einfach nicht leiser werden. So, können wir jetzt? Ja, ihr könnt. Einfach schlagen. Oh, hier ist ein Dicke, hier ist ein Dicke. Ah, ah. Oh, züch, Alter. Oh, fack. Oh, fack. Oh, fack. Oh, fack. So, ich hab die Tür geschlossen. Los, komm, Crusher. Genau, durch. Den Weg lang hier, oder? Nein, wir müssen. Oh, lass genau hier ein bisschen hin und her laufen. Oh, lass genau hier ein bisschen hin und her laufen. Oh. Oh. Aber ein Ritter, Junge. Das ist echt. Oh. Pass auf, lass hier reingucken, überall. Hier. Was ist denn jetzt los? Los, komm hier rein. Oh, jetzt ein Paddel. Aber als wir nicht haben. Mein Axt reicht mir. Oh, Schmerzmittel. Oh, schmerzmittel. Manchmal liegt deine Machete auch. Schmerzmittel, Alter. Hast du die ausprobiert? Nimm mich mal jetzt. Ich glaub, ich hab ne Dessertige, Alter. Ach so, ja, ja, die liegen hier rum. Und ne Granate. Wann wir jetzt, jetzt kommt weiter hier, ihr Naps. Oh. Oh. Hallo. Lass mich vor. Oh, oh. Alter, was war denn? Sie sind grad so an mir vorbeigesprochen, so. Kommt der, kommt der. Also, der Schokoladenmann. Hahaha. Einer, wie das die gerade vorgegeben hat, das, Junge, unter den Ende gegeben hat. Ey, hier liegt doch. Hier sind wieder ein Basebeschräger. Soll ich sie nehmen? Ach so. Da kommt ein, äh, Hessler. Scheiße. Boah, Junge, erstmal hier. Aua. Aua. Jo, was geht ab? Hier ist Adrenalin. Weil ich stelle mich hier vor. Ah, die Säure! Oh, alter Leia! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Weck! Weck! Also, crazy immer, wer schon sieht, ne, der läuft ja immer in den Schuss rein. Ich hoffe, ich mache hier nichts falsch. So, wir brauchen noch. Oh, ich brauche. Du musst ihn mal selber heilen. Oh, nein, ich nehme mir so eine Nahkampfwaffe, hey. Nahkampfwaffe. So, warte, was muss ich nicht verteilen? Ah, jetzt geht's. Waaah! Crasch, ey, hör mal. Hol dann raus. So, aber, ich muss mal eben kurz mal was gucken. Ihr könnt aber schon mal vorgehen, weil dann krieg ich nicht so viel ab. Ah. Na, nehmen wir das. Was hat die da gesagt? Cricket-schläger? Ha, ich hab jetzt nicht verstanden. Pass auf, der muss sich heilen, Ari. Ari muss sich heilen. Ja, hör's noch ganz. ja ich finde eigentlich so das ist ein weiteres aber die Krieger erbauten zu ihr auf der Welt die Welt die Leute der Welt auf dem Ort die Kompetenzen das erfeuert wird Kopenhauer er wurde Kürze Sonst sagten wir mal kurz kurz Ne Sonst sagten wir mal kurz kurz Einmal über Kopf Audio in so muss es sein Ich zieh' aber in Arsch gerettet hier Oho geh mal weg BK 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 Fresse 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 Oh nein Hilfe ihm ist wer Schenk dir Ich bin auch der Fall Ja Nein das sah aus Du kommst der Gegend Spaß Du bist ein Vollidioer alter Danke Lol What the fuck da hat mich ein Errollen Da hat mich What the fuck alter sowas hat ja noch nicht Okay ja ich kann es jetzt leider zu gucken ich bin jetzt erstmal tot da hat mich der Tank einfach mal mitgenommen so sieht das aus egal, dann gucken wir mal hier den Crazy Gamer zu können wir eigentlich schon die Perspektive wechseln oh oh danke so ihr müsst, das ist wieder zurück du musst, ihr müsst gerade aus und der Dauer wird jetzt um wir müssen auch ein paar Hälfte oder Eindert und die doch weiss ich gar nicht mehr mach einfach mal dein Ding jetzt so war dann ich habe alles tot ach, und er hat ja der der Tank also ist es geht nicht, ich weiß nicht, wie er heißt er hat schon wieder mitgenommen die Koppel die Hälfte auch er erinnert der Kurser unten ja er ist nicht erhältlich jetzt darauf der Kär der Wurz was hat er weiter voll einwillig im Anschlager ich habe Elektroschocker er war jetzt nicht gut heilt ja, okay ey, was tun? Raust du hier, oder was? Ja, ja, ne, so hier Lass hier drinnen Waffe da sein Boah, das war weg hier Weg von der Spintergranate Da hat die Grenzen jetzt alle hin und dann denkst du nicht Oh, hinter uns Ja, geil So, lass uns mal den mal arbeiten hier und wir gucken einfach mal zu Haben mich jemand mal verarzt? Ja, wir haben nichts Ja, wir müssen jetzt auch so auskommen Also, wir müssen noch voll viel live Stör mal So, jetzt kommt mal Wala, komm, wala 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 Wir müssen da lang Ja, wir müssen hier lang Ja, wir müssen hier lang Ich bin gleich durchgerannt zu dir So, jetzt kommen die dicken Oh, boah Oh, nein Oh 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 Ja, rett mir da die Polizei zu essen Oh, gleich wird tot Echle er hat jetzt kommt es mit dem Prozent er kommt bei einem Ding der Junge rennt hier so rum Prozent Kassel und hat die Leidenschaft ich spiele noch so schlecht es ist lustig Riebrenntet voll zu schauen Ne lasst ihn mal noch am Leben, ja mal Kettensäge an Okay, alle in die Ecke, jetzt komm, jetzt komm Okay, jetzt steht da auf wirklich jeder Scheiß Hier, 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 Pi Mann, läuft mir noch nicht vor die Flinte, Alter Aua Sorry, bist genau eingelaufen So, hier sind Schrotz Elis gibt es aber nicht Ja, für mich natürlich eine dicke Schrotz, wir haben ein Schrotzen Alter, seht ihr was? Aber ich sehe gar nichts Lasst mal die Jungs mal machen Lass mal die Jungs mal machen Wösche wieder einen Apfel Leute, dafür kannst du dir erst Mit E Kannst du dann Hey, Above Hey, what the fuck wir können jetzt zwei Waffen nehmen ich hab zwei Waffen geil ja ich hab nur der MP und meine Piste ich will aber nicht egal ich hab einfach meine zweite Piste und das okay oh man hat er mich auch mitgenommen alter ja natürlich ich will aber er hat uns beide eh was fuck egal kommt weiter voll weg ein Bomben ich hab was alter das Ding ja die Kette man immer auf mich weiter und die Freude bei Elis alter ich hab nicht geteilt einfach der Führer Schottsehmer und es ist wo wo Auer auf die Oberfläche Leil so weiter genau ich habe auch wieder umbauen Warte 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 mit dem Schraube ich halte ich verleite die Partie so kommt mir vor hier ist eine kleine Elektro-Schocker nimmt der kein Medikament hat defibrillator dann hat er wieder gelegt wird auch so war auch ich habe mich abwächtig an abend macht alter und es war eh dies gewesen mit dem vorweg gebombt so geht das ist wahrlich mit durch ich weil er denn hier kommt okay dann hat nicht die Zwergung ich habe gesagt ich habe die Welt das ist das war der Aufenthalter mit Parallel ich bin sagen der KW 8 Rom was soll ich jetzt nicht gern annehmen das macht der Bock oder nicht bahn das ist doch voll geil das ist ein richtig dickes Lümmel, Junge so morgen geht's weiter, würde ich mal sagen, woher morgen nehmen wir nochmal auf oder weiss ich mal geschehen, du wie oder was Alter, Elise, Alter, der hat voll der Stil, Alter, Unspaß nochmal für Lappen kann ich verraten uah, dicke Junge, Alter so, dann haut auf jeden Fall rein wir sind jetzt zu Part 2, ihr Lieben und die Nugatschüte hier